meine lieben ich bin hier wieder zusammen mit meinem wunderschönen bruder köster und wir ziehen uns ein sack wie köchliches video von unserem absolut informierten immer sehr gut uniformierten und absolut positiv denkenden kls wie gehen rein der sagt es immer positiv das hat jan böhmermann nachgemacht der schwebelt so schlimm nicht weiß ich habe das nachgemacht weil ich ihn so gering gehört habe der arbeit harte arbeit harte arbeit ich weiß es gibt diesen spruch und dieser spruch der kam natürlich durch die durch die ls-zeit durch die zeit im holocaust haben dieser spruch sehr starken berufung und zwar arbeit macht frei das war bei vielen kz also zumindest leugnet er schon mal nicht den holo das schon mal heutzutage schon mal super dass man darüber schon sein muss ist schon bin ich schon mal so dass das ich das nicht hören muss aber das sehen hätte ich anscheinenden sich ihm jetzt aber auch nicht das meine ich auch gar nicht ich wollte gerade da musst du echt aufpassen was ich sagte ich sag ich bin froh dass er ihnen nicht leugnet ja aber dieses zitat du musst es eindeutig als zitat deklar so ja es ist eindeutig ein zitat noch mal das ist ja hier auch satire genau okay gut weiter aber super den spruch den kamer den soll man heutzutage nicht mehr so sagen weil er eben aus dieser zeit kommt oder aus der holocaust zeit kommt weil er aus dieser kz zeit kommt wo viele schlinge wo viele schlimme dinge passiert sind ich weiß diesen spruch den sollten darf man eigentlich auch so nicht mehr sagen aber ich muss sagen für mich persönlich stimmt dieser spruch so also für für mich persönlich also ich bekomme nachdem ich habe arbeite wirklich ein freieres gefühl also mich befreit arbeiten wirklich mehrwert schaffen ein potenzial ausschöpfen hart zur arbeit diszipliniert zu sein das befreit mich das macht mich frei das macht mich glücklich und wenn ich baulätze also ich finde hier ich finde es halt sehr leicht zu durchschauen ja also ich glaube ihm dass ihm arbeiten und geld machen das ist ja das ist ja so sein seine berufung sag ich mal mehr 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 wachstum ist ja so karl es ist ja die kapitalisten sau schlechthin so zumindest inszeniert er sich früher war er mal der vegane fitness-influencer darfst du als veganer kannst du genau so ein kapitalist er ist ja kein veganer mehr so ach so ist er nicht wieder aufgehört weil er gemerkt hat er ist bei also zwei sachen hat er bemerkt erstens er ist bei geschäftsverhandlungen nicht mehr bissig genug und zweitens er kriegt kein stein mehr in der keine morgen irgend sowas okay so viel wollte ich gar nicht wissen aber ich glaube ihm dass ihm arbeiten spaß macht die macht arbeiten auch viel spaß und dir auch sonst würdest es nicht jeden tag 24 7 machen ja so auf jeden fall er deklariert das ganze halt jetzt mit freiheit so was für mich für mich also wenn 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 du jetzt sagen würdest was bedeutet dich für dich deine arbeit also ist ja aber welches adjektiv würdest du damit jetzt so arbeiten ist für mich wie keine ahnung was ist arbeit für dich was was macht was man entfaltung ja ich entfalte mich damit ich für wirklich selbstverwirklichung ja würdest du jemals jetzt würdest du mir jetzt sagen irgendwie ich fühle mich dann so frei wenn ich arbeite nein oder also das hat für mich wirklich frei fühlen ist zum beispiel keine ahnung von mir aus sport machen laufen oder ich weiß es nicht in urlaub gehen und und offene irgendeine einsame insel hin und mich da hinlegen und dann fühle ich mich irgendwie frei aber arbeiten ist doch nichts was 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 für mich freiheit bedeutet in dem sinne dass ich mich frei fühle sondern ich arbeiten ist ja eigentlich du bist ganz viel mit dingen beschäftigt also das ist eigentlich komplett das gegenteil arbeiten bedeutet ja du bist komplett drin mit deinen aufgaben und du 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 ballast also du bist du bist richtig richtig hart am arbeiten und es macht dir spaß es ist wie jetzt so eine richtig schwere handgelgrad zu drücken oder so das ist das ist das bedeutet für mich arbeiten drücken und ergebnisse und was ich meine das hat für mich gar nichts mit freiheit zu tun ist für mich sehr schwierig das zu kombinieren kombinieren aber es ist ja klar worauf er anspielt ja genau ja für mich ist es halt einfach reiner clickbait also darum ja schon aber der ist jetzt nicht also ich also karl ist es für mich pure comedy ist es jetzt nicht so dass ich jetzt seine seine ernsthaftigkeit seine intention ist halt voll voll klar ja aber er spricht halt einfach einen wahren punkt an und zwar nicht dass man durch das arbeiten frei wird weil wir sind ja gott sei dank frei sondern der wahre kern auf den er halt anspielt der auch ein sehr simpel funktionierender weil populistischer ist ist nämlich ein emotionaler und zwar viele menschen sind unfrei wegen finanzieller probleme und arbeitest du mehr laut seiner rechnung natürlich stimmt natürlich voll oft nicht verdienst du mehr wer dienst du mehr kannst du dir diese probleme vom hals schaffen und dann fühlst du dich befreit das ist worauf er darauf wird er hinaus hundertprozentig das populist aber aber tatsächlich stimmt das gar nicht also ich glaube sogar ich kenne einen menschen den kennis kennst du auch ist auch egal wer aber du kennst ihn auf jeden fall der der hat sehr gut geld verdient aber hat schon immer minimalistisch gelebt und ich bin immer so einmal im jahr mit ihm essen und der erzählt mir dann davon und wenn der mir davon erzählt ist es der hat seinen job gekündigt weil er sich dann weil er weil der einfach dieses minimalistische leben haben wollte er hat gar nichts er hat du meinst prinz markus von anhalt so und das heißt er hat mir dann halt davon erzählt wie das wie frei er sich fühlt weil er monatlich keine abos bezahlt weil er keine verträge hat weil er kein nichts abbezahlt und so weiter und so fort als er mir das so erzählt hat habe ich das irgendwie fühlen können was er meinte so einfach nicht in diesen verpflichtung von allem zu sein weil die wahrheit ist ja bei allen die mehr geld verdienen die heben automatisch auch ihren lebensstandard das heißt du du bist immer du bist immer in der verpflichtung natürlich löst geld viele probleme überhaupt keine frage ich bezweifle aber dass du dich so ultra viel freier fühlst weil viel geld aber derjenige der diese probleme gerade hat der denkt dass er sich dadurch aber dafür ist nicht viel nötig dafür ist nicht das vermögen nötig wovon er wahrscheinlich sein programm verkauft also ist meiner meinung nach deswegen bin ich zum beispiel für dieses für dieses experiment der des bedingungslosen grundeinkommens ich bin voll dafür ich würde das bin ich bin ich auch voll für damit die menschen sich eher darauf konzentrieren was wollen sie machen nicht was müssen wir darauf hinaus ich hoffe es nicht mal für uns weil wir haben schon den großteil unseres lebens auf mich ist ganz klar verbracht aber ich hoffe für die zukünftigen generationen oder auch für unsere nicht nur neffen oder vielleicht auch kinder in zukunft dass die das diese möglichkeit haben werden dass man arbeiten kann was man möchte nicht was man muss und ich finde das wäre schon längst möglich und unsere gesellschaft ich glaube zum beispiel auch dass so dinge wie rassismus und rechts und auch extra in andere richtungen übrigens ich glaube dass wir den schon längst viel weiter zurückgedrängt hätten in zumindest in wirtschaftlich stabilen ländern wenn so etwas schon längst selbstverständlich wäre verstehst du also das ist dass das menschen in so einem reichen land wie deutschland nicht hasseln müssen ja definitiv wenn das schon ich der fall wäre dann würde es viel weniger menschen es wird und co rein es wird auch passieren also für mich ich sag das hier und hoffentlich können wir mal dieses highlight später anschauen dann drunter schreiben koste hatte recht ja hoffe ich auch ich sag das wird definitiv passieren okay das waren jetzt unsere absolut erhellenden und entzug und ein stück weit auch philosophischen gedanken dazu mal gucken ob karl auf den gleichen schluss gekommen ist bin ich mal ich bin da positiv gestimmt wenn ich unter meinem potenzial bleibt ich will ich sollte das machen aber ich habe es nicht gemacht dann fühle ich mich danach schlecht und nutzlos entspannung ist was anderes leute ich nutze wirklich 10 20 prozent meiner zeit für aktive entspannung aber dieser spruch der berufung geraten ist das heißt verruf die restzeit der stimmt für mich wirklich da war es ja so die leute kamen in die kz und mussten dort arbeiten natürlich hat arbeit sie dort nicht frei gemacht deswegen war das ja auch ein zynischer spruch aber heutzutage macht dich eben arbeit frei wenn du jetzt heutzutage arbeitest dann macht dich erstmal den kopf frei also mental frei weil dir geht es besser und zweitens und bedient es im regelfall geld wenn du es richtig anstellt und dann wirst du eben auch finanziell frei also mental frei emotional frei und finanziell frei und dann wirst du eben auch örtlich frei und ich weiß jetzt wird wahrscheinlich wieder irgendjemand kommen und das ganze außer Kontext ziehen und sagen der karl ist jetzt ja der karl mit seinem glatztopfe jetzt ist er auch noch ein nazi aber natürlich nicht natürlich stimmt es nicht ich bin auch nicht ausländer irgendwas ist alles völliger schwach sein wenn jetzt da ist der unrasierte hoden sich von uns beraten lassen im bereich jetzt mal ganz kurz ich fand die stelle gerade interessant weil ich finde es übrigens lustig dass das video also ich glaube das ist tatsächlich nur zwei minuten ich genau ich glaube ich glaube das ist nur noch werbung jetzt die er da macht auf jeden fall was ich sagen wollte ist ja es ist nur noch werbung was ich lustig finde auch geld dass da einfach so eine handy nummer ist finde ich voll unprofesslich wegen whatsapp was ich lustig finde ist du hast hier eigentlich gerade raus gehört wie kalkuliert er das ganze reingeht also er ist doch in dem punkt zumindest auch wenn ich es trotzdem finde er ist doch viel bedachter als als man manchmal denken könnte also er er hat diesen thumbnail diesen titel ganz gezielt ausgesucht weil er will diesen er will diesen shitstorm haben ich ich wäre ja also wäre cool gewesen wenn das so gemacht hätte wie du gesagt hast aber tatsächlich hatte ich hatte ich ja irgendwie recht mit dem clickbait also zum schluss ja hundertprozentig wollte er einfach hat er zwei minuten dreißig sich da jetzt hier diese thematik erklärt die ja die ja auch eigentlich so null mehr wert hat es ist ja auch logisch das ist so hey wenn du geld hast deine rechnung zu bezahlen dann dann geht es dir besser so wow echt krass also das ist ja null mehr wert aber mit dem aufhänger arbeit macht frei weil es dir halt viel ermöglicht dann und weil du dein potenzial schäfst in dem entsprechend ist auch das feedback aufgelaufen perfekt danke danke für den tipp einfach nach zwei jahren krass willst du die werbung noch sehen frag mich echt das müssen die ja voll cash verdienen so jemand wie er das ist ja so ein lamborghini fährt ja also es sieht ja immer so aus ich weiß es nicht also ich bin erst mal glaube ich dinge die ich sehe so ich bin nicht jemand der sagt das ist ja alles geliest immer dieses argument auch das auto ist eh geliest der lamborghini ist eh geliest ja und 3000 euro monat gerade sagen die leute tun auch immer so als ob so leasing so umsonst wäre ja leasen kann ja jeder blödsinn kannst du kannst du kannst es wahrscheinlich sogar günstiger ein porsche 30 jahre abzuzahlen als und zu kaufen als zu leasen tatsächlich 100 prozentig sogar aber gut also ja vielen dank für das video perfekte danke by the way krasser talk habe ich gesehen mit dir und diesem tray ach echt das sind die reingezogen sehr geil was sagst du das also war erst mal starke aktion dass man sich dieser konfrontation stellt beide seiten und ja war sehr stark was sagt wenn du es dir angeguckt dass dann hast du ja auch so so ein bisschen seine kritik zu dir gehört ja der hast der hasst mich auf jeden fall ich glaube der hat sich jetzt nicht besser okay glaube ich nicht ist auch egal er war er hat auf jeden fall ich habe ich habe seinen seinen stream nicht gesehen ich habe keine ahnung aber er hat daher gesagt er hat auf jeden fall stark geschossen da auch meinte dass ich seinen namen nicht kenne sorry alter so er kennt meinen namen ja auch nicht eben also ja und die spirale hat ja damit angefangen dass er halt als neuer player mit aufs feld gekommen ich habe davor noch nie auf ihn reagiert ja mir war so mir war noch nicht mal am anfang war mir noch nicht mal bewusst als sein video vorgeschlagen wurde dass er und ich schon mal interagiert hatten er hatte mich auch schon mal geradet anscheinend wegen harkon und so weiter wie auch immer also wir haben wir sind alle kritikfähig wir sind auch alle fähig in konfrontation zu gehen ich fand es super wie du es gemacht hast seine kritik mir gegenüber ja ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt nicht mehr krass an die kritik also hauptsächlich dass ich mich wohl nicht mit ihm beschäftigt habe aber dann auch so respektlos gegenüber ihm weil wir ihm so ja okay also wenn seine seine sein sein aktivismus abgesprochen hätten oder so okay gut das habe ich anhand dessen gewertet was ich gesehen habe das habe ich ihm auch genauso wie er eben gewertet hat wie er dein ausschnitt gewertet hat anhand dessen was er gesehen hat guter punkt von dem her wurde hier mit gleichen waffen geschossen aber ich fand ich fand euren talk super ich mag seine einstellung sehr die 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 tatsächlich also gegenüber auch rechten und so die ist ne ich finde es vor allem die ist tatsächlich fast ident also eigentlich identisch mit unserer deswegen hat er da bei mir dass er er ist ja gezielt äh äh feministisch aktiv ja also er engagiert extra stark also nicht noch nicht mal für seine eigenen belange sondern für die von frauen was ich eigentlich total stark finde fand ich auch super also generell wie gesagt also bei einem genau bei bei in konversationen entsteht reibung und und die ist da hat da auch stattgefunden auch in form unserer reaction ja er meinte ja das war ultra schlimm wie er reagiert hat ich brauche mir nicht mal anschauen wenn er sagt man soll sich nicht anschauen schaue ich mir auch nicht an er hat mich da vielleicht auch keine ahnung beleidigt oder so hat er glaubt ein bisschen gesagt aber das juckt mich gar nicht am ende des tages genau am ende des tages war das ein sehr nicer talk zwischen euch beiden und ihr habt da eine mitte gefunden und trotzdem finde ich es auch stark wenn wenn er trotzdem irgendwas macht was kritikfähig ist werden wir trotzdem reakten und ich rede halt so wie ich rede und ich kenne mich halt so gut aus wie ich mich auskenne und reakten heißt ich sehe etwas und ich reagiere und mir kann man da auch sagen hey du lagst da falsch und in dem in dem fall auch habe ich gesehen ich lag da auch falsch also von dem her alles gut das war eine so ja Bis zum nächsten Mal.